Der sieht doch cool aus, aber das ist, glaube ich, den kann man nur gegen Kohle kaufen. Schauen wir uns mal an. Ja, nee, Freunde, Kohle gebe ich jetzt nicht aus. Ja, der Subaru, der reizt mich schon sehr. Ist er Subaru oder Mitsubishi? Das sind ja so richtige klassische Rallye-Wagen, die ich gerne fahre. Oder der hier, wow. Aber der kostet auch wieder, oder ist er umsonst? Nein. Er kostet wieder Geld, den der Levis nicht hat. Lancer Evolution. Ich glaube, ich werde mir diese schöne Kiste hier krallen. Den Subaru Impreza WRX STI von 2005 in einem wunderschönen Blau, Freunde. So, nehmen wir mal den. Ach, das sieht ja geil aus. Nee, nix mit Design, wenn dann Originalfarbe. Und für mich gehört zu diesem Wagen einfach das Blau. Es ist wie, keine Ahnung, wie die Katze zum Milch gehört. Gehört blau zu diesem Wagen hier. Den nehme ich doch mal hier mit Credits. Und auch auffällig, diese goldenen Felgen, Freunde. Boah, da schlägt das Rallye-Herz hoch. Mein Lieblingsradiosender ist übrigens Ninja Turtles. Nein. Leute, es ist gerade ein neuer Sender zu den voreingestellten Horizon-Radiosendern dazugekommen. Echt? Okay, Leute, alle bereit? Der erste Halt auf dieser Tour ist Montelino. Das ist kein Rennen. Lasst euch Zeit, seht euch ein wenig rum. Alle bereit? Los geht's. Mitten in die Mülltonnen. Muss ja nicht sein. Ich glaube, ein italienisches Radio. Ein Klassiker. Boah. Boah. Sehr schön. Passt irgendwie zu der Landschaft, zum Auto. Schauen wir mal, wie der von innen aussieht. Es fängt auch noch an zu regnen. Nein. Boah, du Sau. Habt ihr das gesehen? Dieser Penner kommt mir und rammt mir von der Seite einen an. Nee. Ich bekomme hier nicht die Kurve, ne? So, weg mit deiner Schrottkiste. Hier kommen die großen Jungs. Ja. In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen. Hm. 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 Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Ach, ist das schön, zu cruisen durch Italien, Pella Italia, wo ist die Pizza? Nein! Also der Wagen lässt sich wirklich super lenken, ist super in der Spur. Alter Barbie, die fährt im Regen mit offenem Dach, das kann auch nur Barbie machen. Oh! 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 so montellino sind wir angekommen und willkommen in montellino das erste mal in der meisterschaft einige unserer top fahrer sind hier gemeldet von mir ist das nicht aber ich glaube der kerl im fokus hatte ich im visier ok such dir ein rennen aus so mit der meisterschaft zu beginnen machen wir doch gerne ja mal das hier so weiter geht's ich kann ja ein riesen für jedes auto geben dass du fotografierst und du bekommst einen ein auto um den anfang zu machen machen wir hey schönes foto leicht verdientes geld oder so weiter geht's stufenaufstieg erreicht mal schauen was wir bekommen und das rad dreht sich hier 5000 wow So, jetzt geht's los! Friends! I see one people are watching. Greetings! Go, go, go! No! Oh! Oh, wow! We will battle against killians in the middle. Let's go. Yeah, that's a good one. Okay, let's go. Let's go. Is that a good one? Alright! Oh, wow. Ich liebe die Musik, ja. Die Musik, ja. Ich liebe die Musik, ja. Kein Punkt. Nicht gut. Na ja, Freunde. Das war's gewesen sein. Ein kleiner Ausritt nach Forza. Ich sage bis demnächst. Bye, bye. Mit Nummer 11. Ich will spinnen. Cool. Cool. Bye. Bye.